... für Flugzeuge damit und Gewinner ist... Pichler Nikolaas aus St. Lorenzen. Ich hoffe, das kann man so anfangen. Da kommt der erste Vollstandsbringer, hochdramatisch. Bravo, super, wie landet es? So, dann haben wir eine Elektrozahnbürste. Ich bin gespannt, dass ich die gewählt. So, jetzt springe ich gerade den nächsten Springer auf. Geda Reinhardt. Nie mehr Karies. Eine Elektrozahnbürste. Geda, ja. Geda Reinhardt, für deine feuchte Zeit, gell? So, für die, die wir heute nicht so gut gehört haben, die wir vom Buch haben, haben wir dein Kleberset von der Firma Lindinger, das gewonnen hat... Boah, schön schreiben kann ich selber, aber das ist schwierig. Stimmt. Der nächste.